Ich hoffe, es nimmt auf, aber ich glaube nicht. Willkommen zu einer weiteren Runde. Hammer Games! Ich habe keine Kiste bekommen! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ist hier was? Ist hier was in Lena? Okay, okay, abhauen, abhauen! Nice! Steinschwert! Ui, 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 das geht ja ab, das geht ja ab. Aha, alles klar. Jetzt riecht sich viele Kissen. Aber da ist jemand. Und jetzt verstecke ich mich hier. Nein! Nein, Hugensohn! Hugensohn! Willkommen zur dritten Runde Hammer Games. Ja, das was ihr vorher gesehen habt, das war die zweite Runde Hammer Games, die ich jetzt gespielt habe seit drei Jahren. War ein bisschen Fail, äh, ja. Die war irgendwie 50 Sekunden. Aber ja, das ist jetzt die dritte Runde, die ich spiele. Und, ich weiß gar nicht, ich habe ein Kit, Kit, Kit. Ah ja, hier kann man ja ein Kit aussehen. Ups, ups, ups. Okay, 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 okay. Aha. Ah, Eis nehmen! Oh mein Gott, oh mein Gott. Ups, 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 ups. Okay, abhauen. So. Und jetzt, Sprint-Taste gedrückt halten, erstmal abhauen. Ups, 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 ups. Okay, 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 okay. Nein! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein. Abhauen. 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 Abbau was hab ich getan das wäre die das wäre fast eine noch kürzere Runde als vorhin gewesen what und jetzt sneaken wir hier ein bisschen rum was ist das wenn ich mir doch direkt mal wo hat es ist Fock da kommt jemand ich hau ab der vorleisten Rüstung ich meine Gold verarscht ich hau erst mal ab ich hau erst mal ab ich hau erst mal ab nein 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 er darf mich nicht sehen ok ich weiß was wir jetzt tun wir verstecken uns einfach er kommt er kommt er kommt ha 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 jetzt einfach warten bis er geht ok dort vorne ist er wo ist er wo ist er ich brauch es einfach Kisten essen und essen hm ich kann eben momentan noch nicht so gut fighten da ist ne Kiste essen essen nice hm ok 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 jetzt geh ich mal bisschen was fighten ich brauche zwar noch Rüstung ok ist nichts ähm noch sechs spieler leben ich meine immer wenn da so Bläschen aus dem Wasser kommen dass es ein Spiegeler ist hm hm kann man die tracken ne alles klar da ist ne Kiste ich glaub aber das ist schon lange jemand und hallo das kann ich nicht zoomen deathmatch ok deathmatch in zwei Minuten versuchen wir den noch vorhin zu killen schwimmen schwimmen wir mal in diese richtung schwimmen wir mal in diese richtung aber deathmatch ist jetzt gleich am start ok es wird wahrscheinlich zum deathmatch kommen also nicht so wahrscheinlich sondern es ziemlich sicher kommt es zum deathmatch ähm wir versuchen uns nur ein bisschen ok da ist jemand da ist jemand komm dann stecken wir uns noch komm da ist jemand 30 Sekunden habe ich noch oder so der holt sich ne Kiste bitte bleib stehen bitte bleib stehen bitte bleib stehen 30 Sekunden habe ich und der hat mich gesehen oder auch nicht nein komm 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 sprinttaste stimmt stimmt die sprinttaste ganz vergessen ja man wuuu rasiert komm du 1 gegen 1 1 gegen 1 15 8 das dauert ok hä nein was ist das man ohne witz jetzt alter nee das war das was ooo ich kann doch nicht ich ich hatte gewonnen ich hätte sie alle so gekillt ich hätte sie alle ich hätte sie alle oh mein Gott habt ihr nicht gesehen wie ich die Freund fast alle gekillt hätte wäre wäre nicht noch in die 15 Sekunden Zeit gibt oh alles klar ja das war's ähm ich hoffe es hat es gefallen das nächste Mal gewinne ich auf jeden Fall oder auch nicht mal schauen das war jetzt die dritte Runde äh Survival Games Blitz Survival Games und ja seid gespannt auf die vierte ich bin's auch und ich bin zuversichtlich wir holen uns hier den Sieg dann bei der nächsten Runde also bis dahin macht's gut lasst Daumen hoch da und tschüss und tschüss das war die dritte Runde